4 was ist das denn scheiße ich tot kann ich nicht bringen Prozent was zu höhere ist das denn Leute was soll der Scheiß Alter kranker Kacke und seht ihr da Leute Lebensupgrade Nummer 3 wunderbar es geht voran ja Lebensupgrade Nummer 3 ihr erhaltet mehr Leben mehr Lebenskraft Lebenskraft wird stärker ich will das nun zum Vorsetzen ja sehr schön wie ich finde es geht gut voran wie gesagt ich will euch das richtige Ende zeigen das heißt ich brauche alle alle 9 Dinger so ja und jetzt muss ich theoretisch nur hier hin ja das ist Schwachsinn so hier jetzt aber ich muss aufpassen ich habe keinen Sand mehr um das jetzt rückgängig zu machen oder so deswegen muss ich ein bisschen aufpassen hoch da und erst mal speichern würde speichern perfekt sehr sehr schön sehr 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 schön wollt ihr speichern ja wollen wir speichern so jetzt wollen wir den zurückdrehen und zwar nach da wenn ich mich hier kann ja müsste richtig sein ich hoffe es mal deswegen werden wir jetzt hier weitergehen ja ja und die Frage komme ich da hoch natürlich nicht aber ich komme da runter das ist natürlich auch toll ja kann mir werden würden wie ich hier hinkomme natürlich nicht die so gut noch auf dem Scheiß ich niemals hoch Prozent die und natürlich was soll ich nicht blind überleid Leute manchmal habe ich kein Auge dafür meistens habe ich ein Auge dafür eigentlich wo ich hin muss ja weiter geht's ein Moment ich hab so das Gefühl dass das Ding hier aus Absicht steht weil wir eventuell zeitverlangsamen brauchen was mache ich für ein Scheiß ich will da hochlaufen ich glaube ich schaffe da ich glaube ich schaffe da wird da geht's dann wie gesagt meistens habe ich dann doch ein Auge dafür ach du scheiße hoch da schnell ja auch in diesem Teil bekommen wir neue Schwerter meine lieben Freunde wie ihr schon gemerkt habt haben ein neues Schwert das Schlagenschwert ach du scheiße solche Dinger mag ich hier ganz toll mag ich die wohl die jetzt hier überhaupt nicht schwer sind das kommt noch Leute das kommt noch okay da sind wieder Gegner das ist eigentlich auch kein Problem sein dürfte lauft solange ihr noch könnt oh lol ey ja Leute wie ihr seht langsam komme ich rein langsam geht's ja wenn ich mich jetzt richtig erinnere dann ist das richtig böse jetzt ist richtig geil okay Leute jetzt ist richtig geil okay Leute Bitte nicht! Bitte lasst mich Unrecht haben, bitte. Bitte lasst mich Unrecht haben. Okay, genau. Ich hab kein... Scheiße, ich hab recht. Verdammt. Okay, Leute, jetzt wird's richtig lustig. Scheiße. Ich verrecke so dermaßen. Oh mein Gott. Boah. Alter. Was ist das für ein kranker Scheiße? Wir müssen eben hinten die Beine hacken. So, jetzt. Leertaste. Und jetzt. Zeit verlangsam. Und los, drauf da. So schnell wie möglich drauf da. Boah, Leute. Nochmal Zeit verlangsam. Nee, 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 nee. Und tschüss. Und wenn ich kein Sand hab, dann ist das die schlimmste Aktion überhaupt. So, mit Sand. Mit Sand. Fuck, noch mehr. Aber ich hab' mir noch. So, jetzt... Einer hat... So, der Scheiße. Wie viel kommt denn da noch? Ja, das ist in den Fall der Richtung gezielt. Du Idiot mein' ich. Wollte ich sagen. Stürb! Boah, war das eigentlich ein Glück, ey. Musst du erstmal Sand aufhüllen? Muss doch irgendwo noch mehr Sand sein. Ist doch perfekt. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich hab irgendwo Wasser zum Trinken, bitte. Ich will bitte irgendwo speichern. Oh, cool, neuer Outbooks. Ich würde gerne speichern, Leute. Aber wie ich sehe, ist mir das nicht gegönnt. Okay. So ein Ding. Okay. Da ist Speichern. Oh, schön. Oh, Glück, ey. Puh. Wie lang willst du noch trinken? Ich wollte grad sagen, wollte ich speichern. Ja, wollen wir. Danke. Ja, Leute, es ist grad 10 Uhr in der Früh. Wie zuvor habe ich ein so großes Uhrwerk gesehen, als ob der gesamte Turm eine gewöhnliche... Was soll der Scheiß denn jetzt? ...baldige Maschinen wäre. Aber wofür...